Das Portfolio des Haupt- und Notausschalters 3LD ermöglicht ein breit gefächertes Einsatzspektrum. Der Haupt- und Notausschalter 3LD bietet Einbauvarianten für jede Einbausituation und ist weltweit zertifiziert. Er ist in 3-, 4-, 6- und 8-poligen Varianten für alle Baugrößen erhältlich. Allen Varianten gleich ist der einfache und flexible Einbau. Die Vierloch-Frontbefestigung für Schutzarten bis IP65 Die Zentrallochbefestigung für eine einfache Montage in der Tür Oder die Bodenbefestigung, die mit einem Türkupplungsdrehantrieb TKDA geschaltet wird. Auch der Verteilereinbau ist möglich. Dank dieser hohen Flexibilität bietet Ihnen die Montage große Vorteile. Sie können den Schalter in jeder Gebrauchslage montieren und haben die Freiheit, ein Vierteschaltglied, N- oder PE-Klemmen, Hilfschalter, Klemmabdeckungen und Beschriftungsfelder einfach und einheitlich zu ergänzen. Darüber hinaus gibt es Hilfschalter für alle Baugrößen und Einbauvarianten. Im Einsatz ist die Bedienung rundum gesichert. Gegen unbefugtes Betätigen ist der 3-LD-Verriegel- und abschließbar. Der Türkupplungsdrehantrieb bleibt aber im äußersten Notfall überlistbar. Breitgefächertes Portfolio, flexible Einbaumöglichkeiten, einfache Montage, sicheres Bedienkonzept. Das ist der Haupt- und Notausschalter 3LD. Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020